Niemand weiß, ob Gott eine Frau oder ein Mann ist. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, der erste Mensch war ein Mann. Und die Frau wurde aus seiner Rippe erschaffen. Wer begründete die Philosophie? Wer entdeckte fremde Kontinente? Wer erfand den Buchdruck? Männer. Und das Automobil, die Glühbirne, selbst die Waschmaschine. Alles Männer. 96% aller Nobelpreisträger. 98% aller Leithammel. Und 100% aller Feuerwehrmänner sind Männer. Wir sind die größten Sportler in jeder Disziplin. Okay, also im Fußball haben wir noch was aufzuholen. Aber wir führen bei Schmuck und Make-up. Und liebe Millionärstöchter, wir waren die Ersten ohne was drunter. Klar, auf ein paar Exemplare kann man nicht ganz so stolz sein. Aber insgeheim haben wir sie trotzdem lieb. Kein Wunder also, dass sich manchmal auch Männer in Männer verlieben. Ein kleines Chromosom. Aber es macht den großen Unterschied. Sagen wir doch mal wie es ist. Männer sind einfach die tolleren Menschen. Und unser bester Freund neben unseren besten Freunden ist der Fernseher. Und für den haben wir jetzt das perfekte Fernsehprogramm erschaffen. Juhi! D-MAX. Fernsehen für die tollsten Menschen der Welt. Männer.